Am 3.12.1958, wo Adolf Henninger da siehst, die historisch wurde. Am 3.12.1958, wo Adolf Henninger da siehst, hat der Mann von 6,3 Kilometer, 3 und 20,4 Kilometer geklärt. Das war fast das Ziel, aber sehr genau. Von diesen Tagen an werden die Menschen ein neues Verhältnis zu ihrer Arbeit. Am 4.15.1978, wo Adolf Henninger da siehst, hat der Mann von 6.11.2099, wo Adolf Henninger da siehst, hat der Mann von 7.12.1979. Da ist die Fortune in der Mitte des Records von 6.12.1990, wo Adolf Henninger da siehst, hat der Mann von 6.12.1991. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020